Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Ich bin Dr. Wolfserz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir brauchen einen neuen Zellenblock für Hochsicherheitsgefangene, denn davon hatten wir ein oder zwei. Warum klappt das hier mit dem Strom bitte nicht? Die haben den Anschluss hier unten? Ne, Moment, was ist denn da los? Arbeitsplatz kann nicht erreicht werden. Ich habe sie falsch rum gestellt. So rum müssen sie. Und ich dachte die ganze Zeit, die Stromlatung wird hier einfach nicht fertig gebaut. Jetzt läuft es aber so. Okay, so, wir haben die Werkstatt. Jetzt müssen wir kurz schauen. Logistik benötigt Einführung, Sicherheit der Werkstatt. Gut, da können zwei Leute arbeiten. Ja, schaut euch das mal an hier. Alle Einzelhaft oder Bestraft, hohe Sicherheitsstufe, Curtis und Slater. Ja, müssen wir machen. Aber jetzt erstmal die Programme. Einführung, Sicherheit in der Werkstatt, acht Interessierte. Gut, ähm, Verhaltenstherapie müsste jetzt auch laufen. Gleich. Jetzt möchte ich wissen, ob hier auch einer herkommt. Gut, das wollte ich in der letzten Folge schon überprüft haben. Jetzt ruht der Psychiater sich aus. Da kommt keiner hin. Da kommt keiner hin. Ich fürchte, wir müssen hier was ändern. Abreißen. Abreißen. Dann kommen hier normale Türen rein. Ein. Und dann... Dann... Vielen Dank. So, hier ist jetzt eine normale Tür drin. Hier sind normale Türen. Und jetzt müssen wir möglicherweise das hier noch als allgemein deklarieren. Und jetzt müssen wir das hier noch als allgemein deklarieren. Wollen wir mal hoffen. So, das hier ist natürlich auch ein Personalbereich. Gucken, ob es jetzt funktioniert. Also, mal schauen. So, hier fehlt noch ein Aktenschrank drin. Und das Ding braucht natürlich noch Strom. Strom ist einfach. Aktenschrank auch. Und wenn der Aktenschrank dann da ist, irgendwann... Dann soll das hier wohl funktionieren. Und jetzt haben wir hier das Türkontrollsystem. Jetzt muss ich mal schauen, wie das genau funktioniert. Ähm... Versorgung. Türservo. So, wir müssen jetzt ein Türservo einbauen. Und zwar bei diesem Ding. Wird mir das jetzt nicht genau gesagt, wie ich das setzen muss. Kann ich den hier überall hinsetzen? Das macht ja gar keinen Sinn. Über einer Tür, die Sie fernsteuern möchten. Sorgen Sie dafür, dass das Motorgetriebe sich direkt über der Tür befindet. Okay. Äh... Das würde also heißen, so. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. So baue ich's mal. Ey, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Da sind die Türservos schon geliefert worden. Ah ja. Okay, das funktioniert. Jetzt muss da natürlich noch Strom hin. Ja, und der Normalblock, äh, der Hochsicherungsblock, der kommt bald. So. Rot, okay. Jetzt müsste ein Auto kommen. Und dann müsste das jetzt eigentlich einer schalten. Und es kommt die Wache. Hm. Wahrscheinlich muss es noch verbunden werden. Moment, bei Signal öffnen. Okay, das müssen wir noch irgendwie miteinander verbinden, schätze ich. Ah da, verbinden. Alles klar, genau. Ja, ja, alles klar. Wir kriegen's hin. So. Tada. Tada. So, jetzt bin ich gespannt. Äh, jetzt müssen wir was kaufen, damit ein Auto kommt. Hahaha. Ähm. Ja, kein Problem. Äh. Wir wollen hier einen Schachtisch haben. So, da kommt der Schachtisch. Und jetzt wird diese Tür vom Sicherheitsbüro geöffnet. Jawohl! Und das erhöht den Durchsatz hier enorm. Hervorragend. Das ist richtig gut. So, wenn wir schon dabei sind. Wo ist mein Türseher? Wo Ding? Versorgung. Dann setzen wir da auch noch einen hin. Und da auch. Und da auch. Und da auch. Okay, der ist da. Der ist da. Der ist da. Versorgung verbinden. Mhm. Sehr cool. Das entlastet unsere Wachen enorm. So. Erstmal soweit. Dann geht's weiter. Mit dem Block. Wir kaufen jetzt. Wir haben 140.000 Dollar. Das ist ganz ordentlich. Wir werden dieses Stück Gelände kaufen für 30.000. Und jetzt kommt hier unten noch ein Block hin. Das bedeutet, zunächst einmal müssten wir die Zäune verlängern. Ohne die geht gar nichts. Beziehungsweise ohne die mache ich gar nichts. So. So. Okay. Damit sich da jetzt keiner einschließt, machen wir auch direkt die Zauntüren hier hin. schon wieder einer Überdosis. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Das passiert halt immer wieder mal. Es ist, wie es ist. So. Und wir reißen schon mal diesen Zaun ab. und dann werden wir die Waffenkammer auch noch eben einrichten. Da muss ein Waffenständer spinnt und Tisch rein. und dann So, haben wir hier alles dicht, noch nicht ganz. Das müssen wir noch zumachen und dann können wir anfangen abzureißen. Ey. Dreimal über Dosis. Habt ihr das gesehen? Langsam finde ich es wirklich nicht mehr witzig. Das wird vielleicht mal Zeit für eine Tunnelsuche. Immerhin haben wir scheinbar keinen Tunnel gefunden. Todesfall? Was ist denn jetzt schon wieder los? Überdosis. Okay. Mann, 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 Mann. So, ist jetzt das Loch so? Ja, ist es. Dann können wir die zweite Zaunreihe da abreißen. Und dann können wir jetzt den nächsten Block planen. So. Und wir benutzen das Planungstool. Wir fangen auf jeden Fall auf der gleichen Höhe hier an. Also hier und drei Abstand. Eins, zwei, drei. Äh, drei. So. Genau wie hier. Und wir gehen auf jeden Fall auch auf die ganze Breite. So. Und der wird insgesamt etwas schmaler sein. Hatte ich ja schon gesagt. Und wir machen hier definitiv kleinere Zellen. Und zwar drei mal zwei. Eins, zwei, drei. Mal zwei. So werden diese Zellen aussehen. Das heißt, wir haben hier natürlich wieder die Technikräume. Und dann die entsprechenden Zellen. Die Technikräume. Ja, für eine Aufteilung nicht ideal. Aber das ist, denke ich, schon okay. So. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das soll nicht so groß werden. Also machen wir mal bis hier. Das heißt, ein weiter müssen wir noch. Okay. 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 Das war's. Okay. Das wäre es. So, wir brauchen hier eine eigene Kantine. Wir brauchen einen Eingang. Der wird hier sein. Wie viele Gefangene haben wir jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, also zwölf. Einundzwanzig. Neunundzwanzig. 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 Tisch, also Stuhl, Tisch, Stuhl. Servierwagen. Zwei Mal Eingang. Eingang. Ist ein bisschen beengt hier. Aber ich denke, das geht okay. Oder ist das zu klein? Hm. Wir bauen es so. Wir kommen damit klar. Fundament, Beton. Und die Tür kommt mit Hochsicherheit natürlich, also in Rot, hierher. Wir haben hier auf jeden Fall Metalldetektoren. Und wir haben hier auf jeden Fall ein Türservo. Und wir haben hier auf jeden Fall... Ach, die Tische sind ja gar nicht so klein, so groß. Da habe ich mich vertan. Das heißt, wir sparen noch ein bisschen Platz. Das ist zwei. Das heißt, der Raum wird... Eins, zwei. Nur so groß. Ja, das ist in Ordnung. Können wir ihn sogar noch kleiner machen. Ja, so machen wir es. Okay, das wird die Kantine sein. Objekte. 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 Wer ist denn jetzt schon wieder gestorben? Ey, ich darf doch... Ja, die Hochsicherheitsknast, die müssen hier raus. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, Leute. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran, dass die da rauskommen. Es wird uns gelingen. Es wird uns gelingen. Aber wir müssen eben jetzt durch diese Phase durch. Ja, das ist ja schon mal praktisch, dass das Ding da ist. Dann könnten wir nämlich hier schon mal direkt die Leitungen reinlegen. Dann können wir hier schon mal direkt die Leitungen reinlegen. Und schon wieder hat Gray eine Überdosis. Ich habe keine Ahnung, wo der die Drucken herbekommt. Ich denke, es ist Zeit für ein paar Kameras. Schauen wir mal, was man machen kann. Überwachungskamera. Reduziert Bewertung von Kantine und Gemeinschaftsraum. Mhm, okay. Ich hätte auf jeden Fall gerne eine Kamera in den Anhörungsräumen. Moment. Wie finde ich die denn jetzt? Die sind hier. So kann ich die denn noch nicht platzieren. Ach, da steht die Pflanze da und da steht die Pflanze da. Na sowas. Jetzt habe ich die Lampe versetzt. Gibt es doch gar nicht. So. Wir warten mit den Kameras einfach noch ein bisschen. Das ist jetzt auch nicht super eilig. Das hier ist tatsächlich super eilig. Was, 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 was? Nein, Ausbrüche. Ich habe doch erst vor kurzem nach Tunneln gesucht. Ich werde verrückt. Wo sind die raus? Wo sind die raus? Oh nein. Tunnelsuche. Schnell. Alle Trakte. Oh nein, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde verrückt. Gefunden. Das ist ja nicht zu glauben. Guckt euch das an hier. Oh. Ja, darf es denn wohl wahr sein? Wie kann ich den Tunnel füllen jetzt? Ich hatte irgendwann mal was gesehen schon. Fundament da. Tunnel verfüllen. Ich glaube, ich spinne. Und ich habe vor kurzem noch gesucht. Das ist jetzt das, was mich so ärgert. Ich hatte nämlich so ein Gefühl. Irgendwie. Naja, okay, Leute. So, dieser Block, das wird erst in der nächsten Folge fertig. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Wir machen an dieser Stelle Feierabend. Fünf Ausbrüche. Jetzt möchte ich mal gucken. Das müsste ja die... Oh, 40.000. Hier, schaut euch das an. Ausbrüche. 250.000 werden abgezogen. 50.000 für die Todesfälle, für den Todesfall. Und, äh, ja. Aber so Wert von über 300.000 schon, das ist natürlich ganz ordentlich. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfserz. Ciao. Ciao. Ciao.